Hallöchen, hallo! Ja, ich bin's wieder, Jonas. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich hatte vor kurzem ein Video gemacht, wo angeblich Papadopoulos keine Chance hat, beim HSV zu bleiben. Jetzt hat sich es bestätigt, dass er bleibt am HSV. Für 6 Millionen. Und bis 2020. Was ich richtig mega gut finde. Wir haben ja alle gesehen, wie er alles gegeben hat in der letzten Saison. Und aus dem Grund bin ich auch sehr, sehr, sehr stolz, dass er jetzt auch bei uns bleibt. Und weiterhin das zeigt, was er in der letzten Saison gezeigt hat. Ich hoffe dazu, dass er nicht so viel Verletzungspech hat. Er ist ja sehr verletzungsanfällig. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt. Ja. Wenn ihr es genauso gut findet wie ich, lasst einen Daumen hoch. Und wenn nicht, lasst einen Daumen runter.